Ich lese jetzt, wer spielt zuerst, dann machen wir gleich schnell Foto und losliegen. Wir spielen ein Satz bis sechs, Gramm ist Zeta für sechs Stunden. Okay, die ersten Spiele, Biersche Drill, Gruppe A, Gabriel Hettner, Jürgen Springer. Gruppe B, Michał Bodziony, Marek Pasiecznik, Gruppe C, Thomas Fuchs, Nicola Grela. Okay, kommt ihr bitte mit diesen 50 Teilen und mit sechs zu uns. Aha, Portugal, Portugal.